Hier muss man schon genauer hinsehen, um zu erkennen, dass auf diesem Video kein junger Mann zu sehen ist, sondern tatsächlich Poptitan Dieter Bohlen. Mit Karacho rutscht der Musiker auf einer Wasserrutsche in den Freitag. Für die Kinderrutschbahn mit Regenbogensprinklern fühlt sich der 67-Jährige offensichtlich noch nicht so alt. Quietsch vergnügt strahlt das einstige Mitglied von Modern Talking in die Kamera. Mit seinen unterhaltsamen Videos, die Dieter regelmäßig mit seiner liebsten Carine auf seinem Instagram-Account postet, ist der ehemalige DSDS-Juror zum richtigen Influencer geworden. Urlaub zu Hause, schreibt der Musikproduzent unter diesem witzigen Clip und steckt mit seiner guten Laune auch seine 1,6 Millionen Follower an. Du wirst auch nicht alt, kommentiert ein Fan das spaßige Video und spricht das aus, was wohl viele andere auch denken. Obwohl Dieter Bohlen schon auf die 70 zugeht, ist der sechsfache Vater immer noch fit wie ein Turnschuh und sich für keine Blödelei zu schade. Und jetzt lieber Dieter, die Sonne genießen und hoch die Hände, Wochenende! KDR 2 KDR 3